Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Pingas, Mario Kart R, ja so hast du ja, Stellarund, mit dabei? Ryo, ja, der guten Tag. Wieso musstest du jetzt lachen? Äh, ich fand nur den Öffnungsatz mit dem Hackersteller, der wahrscheinlich auch noch Pingas hieß oder so, das fand ich sehr amüsant, darum musste ich lachen, tut mir leid. Ja, äh, puh, so, wir haben, was haben wir gemacht in der letzten halben Stunde? Wir haben versucht den 100er Cup, den Special Cup auf Gold zu schaffen, auf das wir mit dem 150er anfangen können, keiner hat den bestehen können, ich glaube ich werde am Anfang eh gleich mal rumtrollen und scheiße bauen, von daher. Ich sehe einen Affen und der macht vier Schaden, ich sehe einen Copa-König, einen Botenklempner und ich sehe dich. Komm, ich probiere es jetzt mal so, los, ich mache einen auf Mini-Me. Boah, sieht Yoshi böse aus. Das ist voll übert so, äh, ich werde ihn töten. So, ich bin mal gespannt, was das wohl wird. Vorteile? Vorteile als Mini ist, man ist etwas weniger, hat keine Rift-Probleme, Nachteil ist, man wird einfach extrem schnell überfahren. Aha, und ich muss hier schon voll aufpassen, dass ich dich nicht überbrezele. Äh, 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 der ist tot. Alter, ich habe den Gegner-Spiel ab, aber wunderschön, what the fuck? Das geht mit dem Spiel ab in dem Spielmodus, das ist übel schnell. Ja, es sind doch 150 Kubik. Aber dass die so einen krassen Unterschied ausmachen, hätte ich nicht gedacht. Und, und wie? Oh, scheiße. Blöder Affe. Hat mich abgelenkt. Alter, die Geräusche, die ich gerade gemacht habe, waren mehr als obszön. Wuhu, 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 wuhu. Wuhu. Kamehamehaaaaaa. Yeah, ich habe Gate-Mutie getroffen. Mit dem Kamehameha des Mutus funktioniert einfach alles. Ich bin siebte, habe ich den Eindruck. Dein Eindruck bestätigt sich mir. Gebt niemals auf, ich bin aber da fahren. Hol den ersten. Jawoll. Keanu hat es voll drauf und ich sack hier einfach mal extrem rum. Den siebten kriege ich, den siebten kriege ich, den siebten kriege ich. Habe ich doch gesagt. Wuhu. Voll stolz. Ja, äh, stolz auf siebter Platz sein. Äh, stolz auf Leben verloren haben. Wie lang war Gayluigi hinter mir von der Zeit? Nicht gerade, sondern nicht lang. 45 Hundertstel oder so. Ist Yoshi da eigentlich auch so klein im Ranking, oder? Wir sehen wir ja gleich. Tatsächlich. Er sieht so putzig aus. Ich will ihn streicheln. Na dann. Viel Spaß. Vorsicht vor der langen Zunge. Nein, jetzt keine Zungenwitze. Bei Yoshi muss man halt aufpassen, dass seine Zungenbrecher nicht nach hinten losgehen. Oh Mann. Gerade in dieser Kurve, ey. Das war jetzt sehr scheiße. Wir sollten während eines Let's Plays vielleicht nicht von Fäkalien reden. Sonst kriegen wir noch einen Content-IT-Treffer von wegen Deutschland sucht den Superstar Dieter Bohlen wurde erwähnt. Der verabriziert ja auch nur Scheiße. Und jetzt genau, wo ich mich kratzen muss. Ja, das ist Pech. Nein. Oh. Und ich bleib dabei. Yoshi sagt Pika. Das halte ich für ein Gerücht. Oh. Hm. Oh, diese Bahn, die kann ich einfach nicht. Boah, dieser blöde Affe. Nein, das ist so ein Witz. Ich war vor ihr im Ziel. Ach, komm. Nein, das habe ich tatsächlich gesehen. Du warst nicht vor ihr. Oh, dass ich zum Schluss halt noch abrutschen muss. Du hättest den Pilz direkt auf der Kraten einsetzen müssen. Das Problem war nur, ich kam nicht dazu. Ich hätte erwartet, dass ich irgendwie durchbreche. Wie viel Zeit habe ich von einer Sekunde? Nein. 1300. Ach komm, ist doch ärgerlich. Aber diesmal war sie tatsächlich vor dir im Ziel. Ah, ich glaube, das können wir mit dem Goldpokal gleich mal kneten. Das funktioniert irgendwie nicht so. Das wird bestimmt wieder auf den Safe State Cup rauslaufen müssen. Dies letzte Mal halt. Hallo, ich war schon drüben. Genau, genau. Ja, genau. Super. Setz mich irgendwo. Genau. Fick die Spiel. Setz mich irgendwo im Arsch der Welt ab, wo alle schon 10 Stunden dran vorbei. Geil. Durch den Boden gefallen. Das Spiel regt mich gerade jetzt schon wieder auf. Und dabei warst du derjenige, der dachte, boah, ich will das wieder aufnehmen. Ja, weil er Lust drauf hat, aber jetzt weiß ich auch wieder, warum ich keine Lust hatte. Spät verarscht, Alter. Mhm. Vier, fünf, sechs, sieben Sekunden braucht das Ding, um mich wieder abzusetzen. Ist ja mal echt geil. Okay, in der Zeit fahren ich irgendwie alle Leute an mir vorbei. Mir geht's gerade nicht anders als dir. Ich mach auch nur Scheiße. Ich sehe gerade mein zweites Leben im Bach runtergehen. Ich mein's auch. Ey, ich krieg das Cut aber auch nicht gerade gehalten. Boah, ist da kein Boden mehr. Scheiß Innenarchitekt. Was war ein Innenarchitekt? Keine Ahnung. Ich mein, schau mal die Bruchfude hier an. Überall morsche Dealen. Ist ja noch das. Gut, dass wir noch hier zwei Leben übrig haben. Boah, wie du aufpassen musst, ey. Ich bin irgendwie vollkommen lebensmüde und so, aber hey, das ist so ein bisschen voll der Adrenalin-Faktor und so. Ich bin unter die Räder gekommen. Und das bei Mario Kart. Ich hätte gedacht, dass man da Auto fährt. Ich weiß noch, wo du da rückwärts runtergedonnert bist. Ich hörte, mach irgendwie, siehe. Mein Panzer hat ihn nicht getroffen, der ist irgendwo ganz woanders hingefahren. Voll lame. Ich würde Mario töten. Stuck, gay Luigi. Ja, genau, gay Mario macht sein Blinke-Stern auch an. Die gehen mal alle End in den Disco-Modus. Das finde ich gar nicht, vielleicht will das auch machen. Oh Gott, oh Gott, das ist gay Mario, das ist gay Bowser. Das ist alles gay, was nicht gay und gay nagelfest ist. Oh Gott, nein! Oh, so. Das ist spannend, ja, und verdammt schwierig. Mums! Gottes Willen. Ich hätte den zweiten machen können, aber ich wäre Gefahr gelaufen, gegen dich zu fahren oder dich mit dem Stern zu treffen. Mann, bin ich kollegial. Oh. Aber ich habe mein nächstes Leben. Nicht das, äh, nicht das Bach runter, ja. Der Gerät und das Bus. Das Bus. Jetzt sind wir in der letzten Runde, oder? Nein, wir drüben. Nein. Scheiße. Holy shit. Wenn das einfach nur Blitzschelten halten, dann könnte ich eventuell noch Gold machen, wenn die hinten bleibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so ein kleiner grüner Klecks, mich sieht man halt nirgendwo. Ja, vor allem hier auf dieser Bahn. Alles Grünes. Nein, gay Luigi, ich lasse dich nicht vorbei. Nur über meine plattgefahrene Leiche. Boah, ich strecke dem Spiel gleich die Zunge raus. Wieso muss ich jetzt an den Anime Samurai Pizza Cats denken? Abgesehen davon, dass ich ihn nicht kenne, wirst du mir sicher gleich erläutern, was darin passiert. Fuck! Keine Ahnung, den habe ich gesehen, als ich... ...neun Jahre alt war? Du guckst schon, seit du neun Jahre bist. Anime ist? Ach du Sche... Okay, du lebst aber auch schon ein bisschen länger wie ich, von daher. Ich kenne Anime seit ich tot bin. Seit ich tot bin? Ich wollte eigentlich gerade sagen, seit ich zwölf bin, aber... ...das hat sich dann wohl übrigt, als ich gerade eben plattgefahren wurde. Das Spiel hat mich so dermaßen lieb, dass ich mich jeden Tag so dermaßen tot knuddeln. Magst du etwa keine Erbsensuppe? Nein, ich gehe gleich in den Smoking Dice Modus, aber ich glaube nicht, dass es wirklich viel hilft. Ich probiere es einfach mal. Hey, smoke weed every day. Fick dich, Luigi. Das war nicht nett und nicht nötig, das Bitch. Komm, den muss ich aufhalten. Irgendwie, 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 ich habe doch einen Pilz. Das Niko-Dai-Gi mit Asturias ging daneben. Boah, wie ein Ping-Pong bin ich jetzt ins Ziel, ey. Ich konnte die Peach leider nicht mehr stoppen. Ich habe es probiert, aber ich war zu langsam. Das wird nix mit Gold. Ah, aber ich werde siebter, gell, Luigi ist abgestürzt. Ich weiß zwar nicht wie, aber er ist irgendwie abgestürzt. Nicht mit mir. Ich dachte jetzt, du bist platt. Das Niko-Dai-Gi mit des Summoringers hat mich einmal mehr gerettet. Pokémon. So. Jetzt bin ich irgendwo am Arsch der Welt. Ob wir das irgendwie noch reißen können, bezweifle ich, weil Peach ja schon wieder Erste geworden ist und sicher viel mehr Punkte hat. Ähm, ich müsste schon zwölf Punkte machen. Oh. Was aktuell nur in Mario Kart Wii geht. Joa, das ist natürlich nicht so optimal. Ich rutsche hier gerade überall nur rum, das ist voll unerlich. Mhm. Alter. Grenz-Rutsch-Party. Was? Nicht lustig, ja? Das ist nicht lustig, sondern können ja gerne mal wechseln und kannst du mal als Twins fliegen. Da siehst du, wie lustig das ist. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe es damals auf Super Mario Kart trainiert. Ich war wirklich als Mini so gut, dass ich den Special Cup überlebt habe. Aber das ist ja wirklich schon extrem schwierig. Allein in Hunderter-Verhältnissen war das schon heftig. Boah. Haha, ich habe Kirby eine extra Runde draufgeklatscht. Hast du den da runtergeschossen? Joa, irgendwie habe ich den da runtergeballert und jetzt stelle ich mich gerade selber so deppert an, dass mein Vorsprung gleich wieder weg ist. Oh scheiße, holt auf. Bin ich hier nicht schön. Habt ihr noch den dritten gemacht? Du warst von mir gerade eben fünfter. Frag mich nicht. Wooo. Boah, wie weit bist du weggedriftet? Hast du das gerade gesehen? Hast du ein Leben gekriegt. Ja. Du Spiel hat Nachsicht mit mir, weil ich jetzt gespecht bin. Oh man. Also für Silber hat's viel gereicht. All das, was wir auf Silber machen, müssen wir auf Gold schaffen dann. Das wird so eine Katastrophe. Ja. So eine Katastrophe, dass ich jetzt sage, dass der Part zu Ende ist. Oh mein Gott. Das war euer Kerano und... Rio Hayato. Let's play Mario Kart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.